was 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 zum was was ist das ein dicker weihnachtsmann warum ist das ein weihnachtsmann ich will dich anschauen lass mich dich anschauen ja ja genau hallo weihnachtsmann weihnachtsmann ist weg auf das ding zu hauen ja aber wo ist denn gibt es noch irgendwas für mich ach warte ah warte mal da gibt es noch irgendwas aber das ist oben wahrscheinlich oh ist der leiter äh fuck alter der hat das bein gegeben der hat das bein gegeben da kommt noch einer ich bin der feuer alter wieso ich hatte keine munition oh doch noch einer nimmt schaden oh nein oh ich hatte auch keine mehr haben die beiden einfach an und 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 irgendwer irgendwer lebt hier noch auch was sollen das muss man rüstung kaputt gemacht wie spricht meine vier aus vier ja genau auf mich drauf ja danke festgehalten und jetzt noch beträumt und dann noch das habt ihr nicht gesehen das habt ihr nicht gesehen Geiler Name. Mist, 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 Mist. Ah, fuck. Mist, 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 Mist. Verschwinde. Was zum... Was für eine Lüge. So, wie lange brauchst du ungefähr zum Runterladen? Hast du gerade gesagt, ich lüge? Also dich würde ich niemals beleidigen. Du bist viel zu süß. Unglaublich. Ist das dein Vater? Luke, ich bin dein Vater. Ich bin dein Vater. Ich bin dein Vater. 2, 1, Risiko. Was? 2, 1, Risiko. Bist du Darkwing? Du hast Kanono gesagt. Ah, nicht. Aber wie er gegeiert hat. Das ist so gut. Ich habe extra gewartet. Wie viel zart gewartet. Merkst du was? Merkst du was? Wir zusammenspielen gegen EZ. Ich komme nicht gleich zur Gruppe. Also ich finde, wir sollten uns als Männer vereinigen und die Frau abschaffen. Die Frau abschaffen. Die hat da so ein LP hinten dran. Guck, so geht man vor. Was ist ein OB? Du bist so schuld. Du bist so schuld. Wenn du ihr jetzt auch gehorcht. Oder auf Grau. Nein, du. Oder auf... Blau? Ja, ja. Ich könnte was machen. Ich könnte was machen. Deswegen mach Blau. Boah, ich hasse dich. Ich geh schon mit Fall da. Blau, 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 blau. Blau, 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 blau. Warum? Das ist wie ein Benz. Ja, ich habe den Fehler von Pesos korrigiert. Wenn der jetzt Geld... Ich hätte was legen können. Aber okay. Nicht schon wieder. Wieso gut? Weil ich gewonnen habe. Also, das weiß ich jetzt schon. Ja. Weil ihr nicht das dagegen tun könnt. Genau. Ja, nicht. Mach Blau, 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 Blau. Warum hörst du mich auf den Weg? Der hört nicht auf dich, das ist so geil. Warte mal, Warte mal, Issa, pass auf. Das da wolltest du, gell? Wie gemein! Oh, fuck. Das hast du dir jetzt wirklich verdient. Das hast du so verdient. Wie geil ist das denn? Das war so, ich habe keine Lust mehr. Oh, schön. Da bin ich. Lauf. Bop, bop, bop. Bop, bop, bop. Bop, bop. Huch. Wund ein bisschen zerquetscht. Aua, aua. Ey, was? Hallo. Entschuldigung. Ich kotter die Füße. Bitte gut. Hm, lecker Gehirn. Geh, Gehirn mit Auge. Oh, tschüss. Guten Tag. Entschuldigung. Warum? Nur so. Diese vielen Farben. Was hast du? Was? Wie? Wo? Ich habe diese... Wow. Diese Farben. Wow! Wow! Das hat keiner gesehen. Alles klar. Ich bin super. Super, super. Äh, warte. Das hat jetzt einfach gut gepasst, gell? Aha! Schnee! Steig auf. Guck mal, da laufen so viele von denen. Ja, komm. Bis wir da sind, sind die weggelaufen. Was ist gecraftete hier? Tröke ich was alleine hin. Ich bin gerade hier Wasser am Basteln. Du kannst es vergiften. Ja, ich weiß. Ich bin gerade das andere am Bearbeiten. Ui! Dynamite! Oh, da sind ja noch mehr Kollegen. Ja, kommt her, kommt her. Ähm, hallo? Ich habe meine ganze Ausrüstung verloren. Wo bist du hin? Ich jetzt? Ja. Ganz gemerkt. Hä, lol? Was mit dem... Hast du abdickst? Ey, das ist doch... ... Die Bonbons. Wie der das einfach ignoriert. Ja, nächstes Mal sage ich, ich mach Blatt. Warum? Ich habe nur noch ein Leben. Die hassen dich. Komm, du Lodger. Ja, komm, toi. Hahaha, scheiße. Ja, frohen Wallenziehtstag. Genau, ich hasse sowas. Ich hasse es, wenn mir folgt. Ja, ich kann das gar nicht abhaben. Mensch, ich hasse Menschen. Guck mal, was Issa treibt jetzt. Mit dir. Boah, diese Lache, weißt du nicht. Isi muss gewinnen. Ja, wirklich. Also, erschätzt. Danke. Boah, die Schleimer. Was? Gar nichts. 10, 9, 8, bisschen Druck, 7. Boah, du bist ein ganz schön brutaler Mensch. Wollte eigentlich auf dich schießen, aber du warst leider zu weit weg. War heftig, oder? Ja. Es ist doch Weihnachten, das Fest der Liebe. Weihnachten ist rum. Wie es kommt. Ja, einfach so, Weihnachten ist rum, als mag. Es ist doch Wallenziehtstag, der Tag der Liebe. Nein. Anstupsen. Anstupsen. Schau. Tschüss. Jetzt. Geh runter. Runter mit dir. Tschüss. Nein. Das war so gut. Ganzhaft. Nein. Das ist dein Ernst? Ist das scheiße, Ivel? Ist das scheiße? Ist das scheiße? Ist das scheiße? Ist das scheiße? Du fagst dich. Nicht getroffen. Ich stehe direkt daneben und du triffst mich nicht. Man kann, glaube ich, nicht auf demselben Feld treffen. Ja, ja. Zum Beispiel, warum du kein TTT spielen willst. Falls ihr sehen konntet, das ist Walking Dead. Wartet mal gerade. Ich schleiche mich mal kurz hier rein. Ich hasse dich jetzt schon. Ich habe die Box geöffnet. Warum? Weil die T-Shirtgröße deine größte ist. Oh, geil. Ja. Ja, das war natürlich sehr geil. Hallo. Oh, Gott sei Dank. Das ist echt nett. Ich bin Bean, der Schöpfer von Wikibinia. Der Laden deines Vertrauens für Karten und Infos. Wikibinia. Alles, was du wissen musst. Das Problem ist, Wikibinia ist in Gefahr. Alle wichtigen Daten sind weg. Alle Karten... Schüsse. Warte. Bitte hilf mir. Es wird sich für dich lohnen. Verstanden. Du hast unser Gespräch unterbrochen. Hoffentlich findest du was brauchbares. Schämt er sich nicht? Wieso? Hallo? Können wir bitte reden? Hallo? Also, wie ich sagte. Das Problem ist... Wo ist Timber? Hallo? Oh, du bist so süß. Oh. Oh, du bist so süß. So. Zeigen sie einen Hund. Oh, du bist so süß. Und Standardprogramm. Amina sagt, irgendwann können wir auch mal rausgehen. Dass wir draußen fangen spielen und angeln gehen und schwimmen können. Wenn die Hyremen irgendwann weg sind. Aber ich weiß nicht, wie das gehen soll. Aber ich weiß nicht, wie das gehen soll. Okay, zielen. Muss ich üben. Noch. Und sprechen auch. Ert's oft. Oh, wie siehst denn du aus? Oh, wie siehst denn du aus? Nein! 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 Willst du bitte heile, heile? Alter! Da schießt einfach einer mit Raketen! Ready? Alter, hab ich mich grad erschrocken! Oh shit! Hast du das gesehen? Bitte sag mir, dass du das gesehen hast! Boah! Ja, ich hab's gesehen und ich hab mich erschrocken. Du konntest mich nicht vorwarnen. Scheiße! Hmhm! Hast Gesicht voraus! Danke! Ich laufe vor dir! Das ist schon unhöflich! Den Kill wollte ich haben. Unfair. Alter! Ähm, das hat sich gerade so angehört, als hätte das Schaf Nein gesagt. Vielleicht sollte ich mal gucken, ob ich irgendwo noch andere Waffen finde. Delfin, nein. Nee! Was? Ja! Geil! Nur nicht mal fertig gemalt. Oh shit. Das waren ein bisschen zu Feste. Ja! Ja! Stop! Bleibst du? Oh! Yes! Du blöder Ball! Ich bin halt nicht so sensibel. Du darfst nicht springen. Lass den Ball sich selbst überlassen. Äh. Du musst fester schlagen. Ich hab's gemerkt. Mit mehr Bums. Nein! So? Mit weniger Bums. Nein! Mit mehr Bums. Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Geiles Geräusch! Okay, ich will! Wir müssen da reinziehen! Geiles Geräusch! Dieser... Der Ball ist totaler. Der Ball wird mich verarschen! Ho 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 ho. Ah! 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 Hallo! 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 Untertitelung des ZDF, 2020